Ich sitze mal wieder in meinem Zimmer und da hinten ist Frau Klimmer, 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 Klimmer. Wird heute wieder gefingert, fingert, 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 Klimmer, Zimmer. Ich habe schon lange keinen Bock mehr auf dieses Leben, ja, aber, aber, aber Erdbeben, Beben, Leben, hol mal diesen Besen, juhu. Kämmer auf, Auslauf, Auflauf, Nudeln, Nudeln, Auflauf, Auflauf, Lauf, komm, komm, lauf. Ich sitze wieder in meinem Zimmer, booh. Puh, huu, 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 ja. Uhuhu. Sitze wieder auf meinem Stuhl, Explosionsgefahr, aber ich fahr gleich gegen eine Bar. What? So wie, so wie, so wie, so wie, so wie, so wie, meine Bars. Wie fandet ihr?